Ja, schön, dass du dich entschieden hast, mit dabei zu sein und die nächsten Wochen wirklich fokussierter an deinem Geschäft zu arbeiten. Ich möchte jetzt vielleicht noch ein paar technische oder ablauftechnische Dinge erklären und mit auf den Weg geben. Und zwar, was wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen passieren? Worauf kommt es jetzt an? Und zwar als allererstes, sei mal offen und sei wirklich bereit oder nicht schüchtern zu fragen, Fragen zu stellen in deinem Chat. Und sei auch offen für Lösungsansätze und nutz wirklich deine Mitspieler oder die Erfahrungen deiner Mitspieler aus. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Was wird jetzt in den nächsten Tagen passieren? Also zuallererst wird dich dein Teamleiter in einer Gruppe mit deinen anderen Mitspielern hinzufügen. Da bitten wir dich jetzt als allererstes, einen Teamnamen zu suchen. Dann wirklich die Aufgaben, die von eurem Teamleiter gestellt werden, die so schnell wie möglich immer abzuarbeiten und zu erledigen. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, schreib immer alles in deinen Chat rein. Also es gibt keine blöden Fragen, glaub mir das. Was wird dann noch passieren? Du hast einmal in der Woche mit deinem Team zusammen einen Call, da wo es wirklich darum geht, wo ihr wirklich die Wochenthemen besprecht, aber auch vielleicht besprecht, was waren Schwierigkeiten in den letzten Tagen und so weiter. Da kriegt ihr dann auch vielleicht Sonderaufgaben. Diesen Termin müsst ihr in der Gruppe vereinbaren. Okay, das wird euer Teamleiter auch leiten. Seid aber wirklich auch offen und versucht so schnell wie möglich einen Termin für euren ersten Teamcall hinzukriegen. Und nimm diesen Termin dann auch ernst und beteilige dich daran. Also das ist sehr, sehr wichtig. Ja, sonst gibt es jetzt eigentlich nichts vieles zu sagen oder nicht mehr viel zu sagen für die ersten Tage, außer viel Spaß, genieß es, lass dich drauf ein, gib Vollgas, holt euch den Sieg.